ja leute was gab es kommt zu mir und heute machen wir mal den dritten teil von ich reagiere auf eure videos leute neues abonnenten leute werde ich auch mal auf euch reagieren soll dann aber ich einfach und dann reagiere ich euch also wir fangen an mit lootskills ich kann aktion abonnieren machen wir fangen an mit lootskills okay okay farmen gibt es irgendein video irgendwas was das hot night random squads mit dem allerbesten panel und der zugung sind wunderbaren bescheuerten video und ich habe mich jetzt nicht ausgeklappt toll leute heute gibt es eine wunderbare tolle folge random squads also ich probiere es mal aus und ja wenn es gefallen sollte das doch ein like da wohl auch nicht ist egal auf jeden fall würde ich sagen starten wir mit der ersten folge und bis sagen 32 30 team nicht oh-oh-oh-oh-oh-oh. Hallo, 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 hallo. Can you speak German? i don't Wie ich von? Ich bin in Russland. Ich bin aus Russland. Ich bin aus Deutschland. Schönen Tag. Ich werde die Karte looken. ok ja doch schnell nächste runde und diesmal bitte keine russer noch von den russen alles okay alles gut ich werde mal jetzt alle kanälen an der videos gute bearbeitungsskills random squads real fort titel lernen englisch ok weil das ist ein 9 von 10 die ganze tage 9 von 10 kurz daraus wir gehen zum nächsten naruto offiziell gut naruto edit 0 von 10 geht weiter na wo ist mein kanal mein kanal joppis so wenn sich die kanalin oder will hennar ja du hast du schießt nie ja ich muss ja den link schicken damit du aufkommt Ja, aber nicht auf meiner Schwester, das Handy! Achso. Warte. Nur das G groß? Ja. Dann kommt der 4. Ja. Jo. Warte. Das ist ein krasses Spiel, Digga. Warum ist denn der Mensch? Guck mal, guck auf die Menschen. Kommt der 4. Ja. Warte, ich muss groß machen. Wie macht man nochmal groß? Hilfe. Nein. Ha. Sehr gut. Warte. Live. Also Gamer? 4 live? Game. 4 live. Nicht Gamer. Alles gut. Ähm. 2 von 10. Lustiger Screen 2 von 10. Geht weiter. Demo, Test, Spiel, Deutsch, Teil 1, 2020. Viel Spaß. Das ist schon das Spiel. 0 von 10 geht weiter. 2, 8, 3 mit der Dönerbox. Leute, jeder kennt diese Dönerbox. Leute, jeder kennt diese Dönerbox. Hier hat die irgendwo mal gesehen. In jedem Dönerladen ist sie vielleicht die Dönerbox, Leute. In jedem Dönerladen ist sie vielleicht die Dönerbox. Diese Dönerbox kennt jeder Mensch. Grand Theft Auto. Junge. er hat einmal geschossen die recht polizei der zehn von denen das video nein zwei von zehn applaus was passiert hier in gta 5 ich wissen das ist ziemlich komisch wenn einfach ein hacker das ist schon ziemlich komisch ja wenn mit einem heck das ist ziemlich komisch das ist schon ziemlich komisch 0 von 10 eben somit moin tendo wie heißt er mit moin tendo hallo leute ich mache mir gerade nein so mit moin tendo und fische bis zum nächsten mal und ich werde heute vielleicht noch ein paar was gehen wir zum präse geht nicht warum der wohl überschwemmt ich habe deine heute abgebrannte minecraft ich weiß was sagt man dazu bin jetzt aber ich bin frohlich und drei von zehn liga nintendo 10 hat mir mal durch die gekauft ps schmeckt sehr lecker was hatten wir bitte auf 1k 2k erstes richtig video was geht was geht das ist mein erstes video in diesem video werde ich erklären was ich für content bringen werde und ja als auf platz 1 ist gta platz 2 fortnight platz 3 cold war und ich werde noch sehen was ich weitermachen werde und lassen ab und leichter Leute abpacken nein da könnte ich ein video dabei sein ich bin mir so ist der gerne 0 von 10 0 und 10 marcel bruns dann all of your friends they try to kill us but only because they'd be jealous that our love is deeper than edward and bella's oh if i were a zombie i'd never what the fuck hey i'm on vacation every single day cuz i love my occupation can i have a cappuccino roblox can i have a frappuccino cappuccino mocha expresso iced tea latte and up is a flatbread sandwich with a panini some kind of salad not too many calories cake pop brownie and a cookie donut muffin and a rice crispy sweet tea lemonade and a smoothie white chocolate nee nee nigger 0 von 10 vor 8 jahren der ist jetzt 9 nigger und die der hier ist jetzt 20 warum hat denn jeder tops shorts abonniert wer ist denn das tops shorts verdammt ich kann nicht glauben dass ich das wirklich mache aber gut meinte ich über lon schick wir reagieren auf der blog ein blog boy ja ja zu er kriegt super abonnenten ne was ist bei ihm los ja die wiese nicht angeschaut warum steht immer ich habe ich kann auf irgendeinen kanal gehen den ich will es steht immer irgendwo ich habe ein video angeschaut egal weil ich es ich habe mir never ever das angeschaut warum steht das da an hand routine subway challenge tipps gegen kaufschmerzen ich tue mal ich setze red bull anschauen mal schauen was das ist mit copy red music irgendwas jo leute was geht willkommen zu diesem video auf meinem kanal und ja heute trinke ich das erste mal red bull und ja meine freunde ich bin super gespannt wie das einfach schmecken wird wir werden das jetzt austesten ich trinke es wirklich zum ersten mal in meinem leben ja meine freunde ich habe schon mal energy trink getrunken aber red bull so direkt noch nie ja leute ich werde es von einer skala von 1 bis 10 bewerten okay meine freunde jetzt gibt es den ganzen test und ja wir haben jetzt hier dieses red bull mein ich war irgendwie geschmackt und ja also ich gucke was für mehrwerten das hat ja meine freunde ich weiß selber nicht aber so viel zucker einfach 11 gramm pro 100 milliliter das ist einfach so meine erbieter brasil werbung hat als ich meine kamera halten so guck mal so gucken ob man das sieht man sieht es nicht also auch elf gramm ist hier steht 11 gramm jedoch half gramm und die hier die wii 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 limo hat neun gramm so viel zucker ja meine freunde wir probieren jetzt und ich habe so angst wie wir riechen jetzt erstmal dran das riecht ungewöhnlich das riecht so nach schimmel leute aber wir probieren sie okay meine freunde wir haben jetzt hier dieses red bull meine freunde und ja meine freunde wir probieren jetzt dieses red bull let's go und das riecht so nach schimmel leute das schmeckt so nach schimmel oh mein gott leute es ist irgendwie zitronensaft aber auch das ist einfach was ganz eklig ist also meine freunde das ist so koffeinreich schmeckt überhaupt nicht oh gott meine freunde das riecht einfach nach schimmel und schmeckt auch nach schimmel irgendwie auch nach zitronensaft keine ahnung meine freunde schreibt mal in die kommis wie es für euch schmeckt aber für mich einfach ist einfach kein alkohol drin aber meine freunde so eklig wie das schmeckt ich teste das wirklich niemals ich meine energys nur mal schmecken top aber red bull so red bull ist ein energy drink also meine freunde nie wieder probieren leute das ist einfach das ekligste getränk was ich jemals getrunken hat okay meine freunde nee 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 so geht es nicht weiter heute red bull ist der größte abschaum holt euch niemals red bull also auf meiner sicht größter abschaum aber meine freunde energy drinks gehen eigentlich zu viel zucker aber leute pepsi cola und fanta einfach beste getränke aber so energy drinks pepsi cola fanta da hast du was sprites vergessen ich bin kein fan davon aber manchmal schmecken die manchmal nicht aber so monster energy drinks oder red bull also so die kräftigen koffein getränke feier ich gar nicht das war's mit dem video ist gemacht doch nach oben wenn es sich gewandert und ja meine freunde jetzt ist die zeit gekommen und zwar jetzt kommen so viele blogs und ja meine sonne ab dezember jeden tag videos schreibt eure ideen eure tendenten ab dezember jeden tag videos schauen wir mal nach vor elf tagen vor sieben tagen vor zwei tagen vor einem tag ja hier hat er es geschafft aber heute hat noch kein video hochgeladen ne und zwar im supermarkt einfach trinken und ja da bitte nicht nachmachen aber natürlich habe ich die flasche dann auch bezahlt viel spaß mit der junge ich dachte kurz er trinkt das einfach stellt so zurück kriege und das war es einfach nein ist egal okay das war richtig fest das video weiß ich konnte dass er gleich da mein kanal wir haben in dem jahr die 5k geknackt hoffentlich ich mache noch wenn ich wenn ich ein paar mehr videos mache wo ich youtube zeige gesicht oder so dann kriege ich in sechs monaten schon 5k leute das war's auch rein